Hallöchen, liebe Bücherfreunden und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir wieder einen Blick zurück auf die Lesewoche und die war sehr, sehr lesereich. Es sind insgesamt tatsächlich vier Bücher geworden, die ich gelesen habe, die ich im Grunde wirklich zum Teil weggesuchtet habe. In der Spätschichtwoche komme ich tatsächlich wirklich ein bisschen mehr zum Lesen, und da halt wirklich so das Freundeleben abends so ein bisschen wegfällt. Das muss man ehrlich dazu sagen, wenn man bis um halb acht oder viertel vor acht arbeitet, bis man zu Hause ist, bis man so ein bisschen akklimatisiert ist, sitzen alle anderen schon auf ihrer Couch und sind faul. Mehr als ein Telefongespräch bekommt man gefühlt nicht hin. Zwar war ich die Woche auch einmal im Kino und auch an meinem Frühschichttag. Am Donnerstag hatte ich abends ein ganz, ganz liebes Freundinnen-Treffen. Liebe Grüße an dich, Anita. Und ja, das klappt schon mal, aber in der Regel hat man da wirklich sehr viel Zeit so für sich. Und ich bin jemand, der dann morgens seinen Haushalt macht, nebenbei theoretisch manchmal schon Hörbuch hört, in dieser Woche aber nicht. Und ja, der dann eben abends wirklich sehr viel Zeit zum Lesen hat, vielleicht auch zum Serien schauen hat und ja, es einfach so ein bisschen gemütlich hat. Das ist entweder Vor- und Nachteils, kann man sehen, wie man möchte. Ich bin ja sonst ein sehr gesprächiger und ja, mag meine Freunde und meine Familie. Und ja, das kommt dann halt so ein bisschen kürzer. Dafür hat man dann eben in Wochen der Frühschicht, wie sie jetzt folgt, dann eben abends wieder ein bisschen mehr vor. Und so hat man eben den Genuss des eigenen. Und in der anderen Woche, ihr versteht, was nicht heißt, dass ich ja in der Frühschichtwoche weniger groß lese, aber vier Bücher in der Woche sind schon auch für meine Verhältnisse relativ viel was. Aber tatsächlich daran lag, dass ich in dieser Woche wirklich vier sehr, sehr gute Bücher gelesen habe und die ich auch einfach beenden wollte, weil sie, also weiterlesen wollte, damit ja, sich der Spannungshöhepunkt am Ende dann trifft. Zudem war ich diese Woche auch im Kino. Ich habe mir Downsizing angeguckt und ich habe, ja, mein Sub hat eine magische Zahl erreicht. Vielleicht, da möchte ich auch kurz ein bisschen was dazu sagen. Auch serientechnisch habe ich Grace und Frankie geguckt, wie die letzten Wochen auch. Und ja, aber ich denke, wir fangen jetzt einfach erst mal mit den Büchern an. Begonnen hat mein Wochenende mit Lücke, der dänische Weg zum Glück von Mike Wicking. Und ja, das habe ich Samstag, Sonntag gelesen. Es sind hier auch sehr viele Bilder und Umfragen drin, die natürlich vom Leserumfang geringer sind. Aber das durfte am Wochenende gelesen werden. Dann habe ich eine Biografie gelesen von Rana Ahmad. Frauen dürfen hier nicht träumen. Hier geht es um eine Frau aus Saudi-Arabien, die eben nach Deutschland gekommen ist und ja, vor sehr, sehr schlimmen Dingen geflohen sind. Und das war ein sehr eindringender, ja, Erfahrungs-Lebensbericht, ja, der mich auch heute noch so ein bisschen, ja, ängstlich, sage ich mal, zurücklässt. Dann war mir nach etwas Historischen und da fiel mir ein, ja, ich habe doch da noch was von der lieben Julia Drosten hier, beziehungsweise von Julia und Horst. Und zwar das Mädchen mit der goldenen Schere, was uns ans Ende des 19. Jahrhunderts nach Wien entführt. Und ich, ja, war da sehr, sehr neugierig, was sie Neues gezaubert haben. Und das letzte Buch habe ich heute Nacht beendet. Ich konnte nicht anders, also heute ist Samstag. Und zwar von Robert Harris Pompeii. Das haben wir ja im Leseclub gelesen. Und heute am Samstag ist der letzte Leseabschnitt. Und ich habe den gestern Nacht direkt noch rangehangen. Und es war, glaube ich, dann halb eins, als ich fertig war oder kurz vor halb eins. Dementsprechend war es ja schon fast heute. Und, ja, aber ich konnte es dann auch tatsächlich nicht mehr weglesen, legen, musste es zu Ende lesen. Ja, aber wir starten mit Lücke. Der dänische Weg zum Glück von Mike Vicking. Das Buch ist erschienen im Oktober letzten Jahres im Löpel Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Hat in der gebundenen Ausgabe 280 Seiten, kostet 20 Euro, gibt es, soweit ich weiß, nicht als E-Book. Was auch tatsächlich Sinn macht, weil hierin einfach sehr, sehr schöne Bilder sind. Und die wird natürlich auf einem E-Book-Reader überhaupt nicht irgendwie herauskommen. Ja, Mike Vicking kennt man vielleicht, wenn man das Hücke-Buch schon gelesen hat. Und Hücke ist ja die Gemütlichkeit der Dänen. Und Lücke ist nun eben eher das Glück. Also nicht, was macht einen gemütlich und entspannt einen, sondern was macht einen glücklich. Und natürlich kann man jetzt sagen, beides hängt irgendwie miteinander zusammen. Und das wird auch beim Lesen von Lücke. Und ich hoffe einfach, man spricht es so aus. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte auch nicht so recht finden, wie man das aussprechen könnte. Und dementsprechend sage ich es jetzt einfach so. Und ja, mir hat ja die Lebenseinstellung von Hücke, von den Dänen schon sehr, sehr gut gefallen. Ich lese ja auch das Magazin. Passen sozusagen dafür, weil ich eben Gemütlichkeit tatsächlich in unserem stressigen Leben schon sehr wichtig finde. Also ich glaube, man braucht seine Oasen, seine Inseln und man muss sich da eben einfach, ja auch selbst einfach dazu zwingen, Gemütlichkeit zu haben. Das klingt ja zu hart, aber es gibt ja viele Menschen, die nur rotieren und auch müssen, weil eben das Leben das erfordert und die gefühlt nie einen Moment der Ruhe haben. Und ich finde, man muss sich manchmal eben dazu zwingen, eben auch mal eine Stunde nichts zu tun und einfach mal ein Buch zu lesen, einen entspannten Tee zu trinken, einfach mal blöd aus dem Fenster gucken oder eine Runde spazieren zu gehen, was auch immer. Und wir haben hier eben den dänischen Weg zum Glück und uns wird eben hier erzählt, ja, wie, was im Grunde Glück ist, wie man das misst, was unterschiedliche Menschen Glück machen. Jetzt tue ich mal ein paar schöne Bilder, zum Beispiel das Zusammensein, was wirklich grafisch auch sehr, sehr schön dargestellt ist. Die Kapitelüberschriften sind wirklich ganz, ganz toll und es gibt eben auch wunderschöne Bilder, die wirklich das Lesen Spaß machen. Und zudem gibt es eben auch, ja, verschiedenste Dinge, Orte, die einen glücklich machen, was man, ja, ist auch hier wirklich super, super schön bunt gestaltet, sehr lebendig gestaltet und wirklich ein Buch, das mir viel Spaß gemacht hat. Man kann jetzt schlecht viel zu dem Inhalt erzählen. Es geht halt eben darum, wie machen es die Dänen oder auch insbesondere, denke ich, die Skandinavier, um eben, ja, glücklich zu sein, um gemütlich zu sein. Und ich mag halt wirklich die Ideen, die Mike Wicking aufgreift, die so einfach sind, so banal sind. Man aber merkt, wenn man das so in der Häufigkeit, in der Regelmäßigkeit tut, dass es einem da einfach besser geht. Und ich mochte das unglaublich und ich mag es, wie einem dieses Gefühl von Glücklichsein näher gebracht wird, wie, ja, es durch eindringliche Bilder und Umfragen und wundervolle Sprache, weil ich finde, Mike Wicking erzählt diese Geschichte sozusagen, also dieses etwas trockene Thema wirklich sehr, sehr angenehm. Und das fand ich sehr schön. Und er hat so als Tipp zum Beispiel auch so eine Formel, Katzen lesen und Teetrinker sind große Glücksmacher. Und ich konnte bei so vielen einfach nur nicken, weil man es einfach weiß. Es müssen nicht die großen Dinge sein, auch wenn am Strand liegen, das Meer umspült die Füße, die Sonne scheint, wenn das ein ganz, ganz großer Glücksmacher ist. So sind es aber auch die kleinen Dinge, die eben zwischendurch durchaus einen glücklich machen. Und so ist es, wenn meine Katze hier sitzt, mich beobachtet, wir im Bett liegen, kuscheln, wir miteinander spielen. Wenn man mit Freunden beim Tee zusammensitzt oder einfach in einem guten Buch liest, das macht mich ja persönlich besonders glücklich. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht hier sitzen, wenn mich Lesen nicht glücklich machen würde. Und dass eben diese kleinen Dinge im Leben eben auch schon viel tun. Und man merkt, wie man beim Lesen darüber nachdenkt, wie man das verinnerlicht. Und bei vielen ist es für mich nichts Neues, weil ich glaube, dass viele Dinge mir schon relativ klar sind. Aber es ist eben wieder so ein neuer Anstoß und es ist so ein neuer Impuls. Und man denkt mal wieder darüber nach. Und allein beim Lesen von Glück hat man schon das Gefühl, dass man sich irgendwie entspannt fühlt. Nicht unbedingt jetzt vielleicht überaus euphorisch glücklich, aber wie so eine innere Ruhe in einen einkehrt. Und ich finde, das ist dann eben auch schon Glück. Und jetzt wird es komplett philosophisch. Ja, es ist relativ schwer für mich einfach etwas zum Inhalt zu verraten. Denn es ist einfach ein Buch, das einen Spaß macht, das einen entspannt, das einen gemütlich macht und das eben einlädt, darin zu verweilen. Und mega spannend fand ich zum Beispiel die verschiedensten Umfragen in diesem Buch, wie man überhaupt Glück messen kann. Oder wie man sich als Mensch einbildet, Glück zu messen. Also das ist ja wirklich etwas, was man nicht aufwiegen kann. Wie viel Geld hast du in deinem Portemonnaie? Macht dich das glücklich? Würden dich 100 Euro glücklicher machen? Solche Dinge werden natürlich hier auch in Frage gestellt, ob das etwas ausmacht. Aber es sind tatsächlich andere Fragen, interessantere Fragen, die mir gut gefallen hat. Also auch das ist eine absolute Empfehlung von mir. Ich mochte Hücke, ich mag Lücke. Könnte tatsächlich so ausgesprochen werden, ich weiß es nicht. Ja, ich mochte, ich mag beide Bücher unglaublich gerne. Und ich finde, dass die wirklich etwas sind, was man in stressigen Zeiten ganz bewusst nutzen sollte, muss, könnte. Und ja, einfach, einfach um aus diesen Mühlen im Grunde herauszukommen. Und ich muss ehrlich sagen, umso mehr ich über Dänische Weg zur Gemütlichkeit und Glück lese, umso mehr spricht mich, ja, das Skandinavische reicht sozusagen an. Wo ich denke, die haben es irgendwo verstanden. Also ist manchmal so mein Eindruck. Und ja, aber mir, das würde jetzt zu tiefgründig gehen, aber, oder auch zu privat werden. Aber manchmal frage ich mich, warum man, warum es so ist, wie es ist bei uns. Zum Beispiel in Deutschland und auch in anderen Ländern und warum es zum Beispiel da oben im skandinavischen Bereich einfach ein bisschen anders ist. Und warum es auch funktioniert, obwohl manches für uns wahrscheinlich schon sehr skurril vorkommt. Also wenn dann die Nachrichten kommen, bei den Finnen ist jetzt Vollzeit in der 30-Stunden-Woche. Da würden hier alle aufschreien, um Gottes Willen. Und hier arbeiten ja alle gefühlt 60 Stunden die Woche. Und es funktioniert trotzdem. Die Wirtschaft geht nicht zugrunde. Und was wahrscheinlich daran liegt, dass sie eben glücklich und gemütlich sind. Ja, gut. Also Leseempfehlung von mir habe ich Samstag, Sonntag wirklich sehr gerne darin gelesen. Hat mich unglaublich entspannt, das Lesen. Und ja, hat mir wirklich so den ein oder anderen Impuls auf jeden Fall auch gegeben. Ganz anders dann im Grunde das zweite Buch. Während wir Samstag ja schon mit Pompeji angefangen haben, habe ich dann parallel unterwegs in einem E-Book gelesen. Und zwar Frauen dürfen hier nicht träumen von Rana Ahmad und Sarah Borufka, die ich denke, das alles in eine schöne Form sozusagen gebracht hat, sprachlich. Und die beiden haben das Buch zusammengeschrieben. Das Buch ist ganz aktuell jetzt am 15. Januar im BTB Verlag erschienen. Wurde mir auch von diesen zur Verfügung gestellt, kostet broschiert 16 Euro als E-Book 14 und hat 320 Seiten. Und ich habe Rana Ahmad schon vor etwas längerer Zeit mal bei irgendeiner Dokumentation, bei irgendeinem Bericht gesehen und fand, wie sie es rüberbrachte, wer sie ist, was sie ist und warum sie es nicht mehr sein konnte. Und das war eigentlich mega spannend, denn Rana Ahmad ist ein junges Mädchen in Saudi-Arabien, die merkt, mit zehn Jahren ändert sich ihr Leben und die sich immer wieder fragt, ob das alles so richtig ist, ob das alles so sein kann. Und wer sich jetzt nicht unbedingt vielleicht mit Saudi-Arabien auskennt, in Saudi-Arabien herrschen ja sehr strenge muslimische Regeln, unter anderem auch die sogenannte Scharia, nicht sogenannte, sondern die Scharia. Und hier sind ja Frauen wirklich gefühlt nicht sehr viel wert. Frauen müssen sich komplett verschleiern. Sie tragen diese Make-up, wo man wirklich nur dann die Augen sieht, weil sie eben ja sonst ja die Männer zu irgendetwas, ich sag jetzt mal, reizen könnten. Sie müssen sich im Grunde verhüllen. Sie dürfen nicht mehr allein das Haus verlassen, nur noch mit einem männlichen Verwandten, egal ob Vater, Bruder oder dann eben der Ehemann. Sie müssen sich komplett einschränken. Und Rana Ahmad ist 1985, ist zwei Jahre jünger wie ich, eben in Riyadh geboren, hatte eine sehr angenehme Kindheit, fühlte sich auch besonders von ihrem Vater sehr, sehr geliebt und auch gut aufgehoben. Doch mit zehn Jahren ändert sich eben ihr Leben, denn es, glaube ich, war ihr Opa, der beschließt, alles, was sie gerade hier so tut, da mit dem Fahrrad draußen rumfahren, das ist im Grunde alles gesetzeswidrig, denn der Glauben regelt da eben auch das Gesetz. Und sie müsse sich jetzt eben verschleiern und sie hat auch eine sehr gläubige Mutter, die das im Grunde dann auch unterstützt und so darf sie eben ab ihrem zehnten Lebensjahr nicht mehr allein das Haus verlassen. Sie muss sich verschleiern, was ihr sehr zuwider ist und sie darf eben nichts mehr alleine tun. Und dann wird sie auch noch, ja, relativ jung verheiratet und auch wenn das anfangs so wirkt, als könnte das irgendwie eine harmonische Ehe werden, gab es eben im Vorfeld Dinge, die, ja, im Grunde Rana so ein bisschen verstört haben. Also sexuelle Übergriffe in der Familie, die natürlich ungesühnt bleiben, weil es eben lauter Scharia auch immer die Frau ist, die daran schuld ist, wenn so etwas passiert. Und wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt mit dem Thema, herrscht ja die Scharia auch in einigen afrikanischen Ländern. Also wenn man dann eben Urteile liest, wo Frauen an ihrer Vergewaltigung selbst schuld sind und gesteinigt werden und das sind eben so Dinge, die man, ich glaube, als Europäer, als westlich denkender, nicht muslimischer Mensch oder als sehr extrem muslimisch gläubiger Mensch, denn nicht alle die Muslime glauben natürlich, dass das so streng geregelt wird im Koran. Ja, da kann man gefühlt eigentlich nur den Kopf schütteln und auch ich hatte sehr viele Momente in diesem Buch, wo ich den Kopf geschüttelt habe. Und ich glaube, das war eben auch das, was Rana dazu brachte, anders zu denken, denn sie beschäftigt sich dann irgendwann damit und fragt sich, was ist denn das für ein Gott, der all das möchte und wo ist dieser Gott und warum hilft er mir in diesen Situationen nicht? Und die eben nicht versteht, warum sie das Böse im Inbegriff ist und warum auch all das Beten nichts hilft und warum sie diejenige ist, die auf dem schlechten Weg abgekommen wäre, wo ihr Bruder ganz andere Dinge tut und im Grunde Nannfreiheit hat. Und ja, so sucht sie dann eben mehr oder weniger die Flucht aus diesem Land und aus Gründen, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen konnte. Es ist natürlich eine Biografie, die meines Erachtens keine echte Bewertung eigentlich erfolgen kann. Man kann einer Lebensgeschichte jetzt nicht fünf Sterne geben oder einen Stern, denn es ist diesen Menschen eben einfach passiert. Und es sind sehr schlimme Dinge bei Rana passiert und ich fand trotzdem super spannend, wie sie immer wieder auf die Füße gefallen ist, sich immer wieder rausgezogen hat und ja, immer wieder wusste, da draußen ist irgendwas, was besser ist. Und auch ohne vielleicht zu ahnen, wie es in Deutschland ist, in Europa ist, denn es gibt ja auch viele Dinge, die in Saudi-Arabien eben nicht gezeigt werden. Außer natürlich Rihanna-Videos, die sie sich anguckt, wo man sich dann auch an die Stirn fasst und denkt, okay, ja, das ist schon wirklich sehr merkwürdig. Es ist natürlich auch schwierig, eine Wertung abzugeben und überhaupt über so etwas Religiöses, sage ich mal, mit Fingerspitzengefühl, da etwas zu sagen. Denn es ist ganz klar, dass ich mir dieses Leben überhaupt nicht vorstellen kann. Ich auch Menschen nicht so richtig verstehen kann, die so extrem in einem Glauben feststecken und alles darüber, also den Glauben über alles stellen. Kann ich eben einfach nicht nachvollziehen und war für mich ja der Grund, vor über zehn Jahren zu sagen, ich ziehe mich aus diesen etwas merkwürdigen Religionen, damit meine ich sowohl das extreme Christentum, Judentum, den Islam, ziehe ich mich zurück und konnte mit diesen Religionen nichts anfangen. Und durch Ranas Augen das zu erleben, wie es ihr ergeht. Und sie hat das sehr direkt geschildert in einer sehr angenehmen Sprache, in einer oft wertenden Sprache, weil ihr ja natürlich gar nichts anderes übrig bleibt. Aber sie hat auch manchmal versucht, es eben von außen zu betrachten und ihr Leben nicht nur vom Inneren im Gefangenen zu sehen, sondern auch zu sagen, wie kommt es vielleicht, dass das so ist. Und sie findet darauf tatsächlich auch manchmal Antworten, was ich sehr, sehr spannend fand. Und ich habe mir auch einige Zitate von ihr herausgeschrieben, die mich eben auch sehr berührt haben, wenn man so darüber nachdenkt, dass das jemand, der dann eben sagt, ich glaube irgendwie nicht an Gott, und darauf steht, in Saudi-Arabien eben die Todesstrafe, dass dann eigentlich nichts mehr anderes bleibt, als zu gehen. Und diesen Mut zu fassen in so jungen Jahren, das finde ich wirklich wahnsinnig mutig. Und diesen Weg eben zu finden und sich auf all das einzulassen und immer wieder zu hoffen, dass es dann irgendwo anders besser ist oder sein kann. Und man weiß ja nicht, wo man letzten Endes hinkommt. Und dann eben, sage ich mal, in einem Land wie Deutschland trifft und dann in der Silvesternacht von 2015 auf 16 in Köln auf der Plattform ist und sich wahrscheinlich dann auch die Fragen stellt, dafür bin ich jetzt geflüchtet? Also es sind sehr eindringliche Gedanken, die Rana hat. Und mittlerweile ist sie aber in Deutschland angekommen, hat auch die deutsche Sprache gelernt und studiert jetzt in Deutschland die Sprache der Naturwissenschaften. Denn dies ist universell, sagt sie. Wenn ich die Welt ein bisschen besser verstehen möchte, dann muss ich diese Sprache lernen. Und sie wird 2018 ein Praktikum bei Kern-Zern in der Schweiz absolvieren. Also man merkt, dass sie eben sehr viel hinterfragt und sich wirklich diesen Naturwissenschaften hingibt. Was ich auch sehr spannend fand, ist dann eben auch die Zusammenarbeit mit ihrer Co-Autorin Sarah Borufka. und dass man hier nicht unbedingt merkt, dass das zwei Frauen sind, sondern ich glaube tatsächlich, dass dieses Zusammenarbeiten eben eher so ein bisschen das Sprachliche war und die Spannung sozusagen herausbringen. Und ich glaube, man verliert sich sonst oft in Details, wenn man eine Biografie schreibt. Das merkt man auch oftmals beim Lesen. Sehr spannend fand ich zum Beispiel das Zitat, weil es Menschen gibt, die sich einer Religion so sehr verschreiben, ihren Gott so sehr über alles und jeden erheben, dass sie darüber vergessen, wo mit Frommsein mitbeginnt. Mit Menschlichkeit, mit Barmherzigkeit, mit Nächstenliebe. Und das ist etwas, was ihr eben in ihrer eigenen Religion nur sehr, sehr selten gegeben wird. Sehr oft ist es tatsächlich ihr Vater, der komplett hinter ihr steht und glaube ich, in diesen Fällen oftmals auch seine eigene Religion hinterfragt hat. Und als Grund für das Verlassen ihrer Familie sagt sie eben, ich verließe meine Familie und meine Heimat, weil ich nicht mehr an Gott glaube, aber an ein Leben als selbstbestimmte Frau. Und das eben in ihrem Land nicht möglich ist. Und ich habe mich dann eben auch in dieser Woche mit Saudi-Arabien beschäftigt und bin über sehr viele Dinge doch sehr erschrocken, auch was mich als Touristin zum Beispiel betreffen würde. Und war da schon erstaunt, dass wir im 21. Jahrhundert sowas irgendwie tolerieren und gut finden. Ich weiß nicht, man sieht in den Medien immer, keine Ahnung, den Diktator, den sogenannten Diktator da irgendwo in China. Man sieht Nordkorea und über Saudi-Arabien und was da so los ist oder nicht los ist oder wie auch immer. Da hört man gefühlt ja nicht viel. Und ich muss auch sagen, als ich mich eben vor über zehn Jahren um Religionen, also mich damit beschäftigt habe und mir ja meine Religion, ich sage mal, gesucht habe, bin ich tatsächlich auch nicht so aufmerksam auf dieses Scharia-Thema geworden im Islam und finde das schon etwas, was ich sehr beängstigend finde, wo ich denke, da kann man nur froh sein, dass man irgendwie in einem anderen Teil der Welt sozusagen auf die Welt gekommen ist als Frau. Also es ist eine sehr eindringliche Geschichte, die wirklich sehr, also mich sehr schon berührt hat, die mich auch zum Weinen gebracht hat, zum Nachdenken gebracht hat und auch zum Überdenken wiedergebracht hat. Und ich glaube, dass das, wie es in mir so um Religionen steht, für mich tatsächlich eine ganz gute Wahl war und ist. Und also das Buch mich jetzt nicht in die Arme sozusagen nach Saudi-Arabien bringt, aber das, glaube ich, steht sowieso außer Frage. Also ja, ich kann das Buch absolut empfehlen. Wer sich eben mit dieser Thematik durchaus mal, ja, im Grunde vertraut machen möchte, wer da auch mal einen Lebensbericht lesen möchte, es geht da eben nicht. Ja, es wird einem natürlich erklärt, warum die Dinge so sind, wie sie sind, insofern man den Koran als Gesetzesvorgabe, ja, im Grunde sich vorstellen kann, dass das zu akzeptieren, dass das eben in dem Land so ist. Und so muss man natürlich auch als Leser ein bisschen toleranter da rangehen, um das dann auch zu verstehen. Und wenn man dann hinter diesen Vorhang guckt, ja, braucht man starke Nerven. Und es gibt ja auch immer wieder Menschen, die bei Büchern sagen, dass alles Schlechte so gar nicht passieren kann und dass das ja alles nur erfunden ist und Fiktion. Und wenn man dann eben so einen Lebensbericht liest, was da alles passiert, dann weiß man, dass manches gar nicht so nur erfunden ist, sondern halt in anderer Art und Weise passiert. Und es passiert halt hier, es passiert in unserer Zeit und es passiert, ja, oder weniger auch unter uns. Also wir Menschen sind ja alle Menschen und das ist schon, und ja, also es hat mich wirklich sehr berührt und auch sehr angesprochen. Liegt vielleicht auch am gleichen Geschlecht, gar keine Frage. Ich glaube, als Mann sieht man das vielleicht alles ein bisschen anders. Und ich kann durchaus verstehen, dass Frauen aus Saudi-Arabien da eben fliehen und sagen, irgendwo muss es das Leben geben, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne im Inneren. Und wenn ich eben den Glauben irgendwo verloren habe, dass ich dann trotzdem toleriert werde. Und ja, das Glück haben wir ja aktuell noch in Deutschland. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ja, von einem etwas ernsteren Thema jetzt aber zu einem historischen Roman. Und zwar das Neubuch von Julia und Horst Drosten, Das Mädchen mit der goldenen Schere. Das ist erschienen im Dezember letzten Jahres auf Amazon, kostet in der bruschierten Ausgabe 11 Euro, als E-Book 5 Euro und hat knapp 330 Seiden. Wir beginnen das Buch 19, nein, 1889 in Wien. Genau 100 Jahre vor meiner Einschulung. Das fand ich ein ganz schönes Detail, was man sich natürlich so ein bisschen merken kann. Und ja, wir treffen eine uns unbekannte Frau, die ihr Kind in einem Wiener Krankenhaus zur Welt bringt, aber recht schnell merkt, dass sie dieses Kind nicht behalten möchte. Und Fanny, das ist eben das Findelkind, eben dann in ein Waisenhaus gebracht wird und dort auch aufwächst. Und ja, da geht es ihr, sage ich mal, für dortige Verhältnisse relativ gut. Sie wird auch von der Oberschwester Josepha sehr, sehr gut erzogen. Ihr werden auch, ja, richtige Dinge sozusagen nahegelegt. Und ja, Fanny hält sich aber selbst nicht immer so an die Regeln und ist ein sehr starkes Mädchen, ein sehr fragendes Mädchen und ein sehr wissbegieriges Mädchen und die eben schon recht früh weiß, was sie möchte. Und ja, aber all diese Regelbrüche führen doch zu dem ein oder anderen Problem, was man dann eben natürlich versuchen muss, ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und ja, Fanny weiß eben schon sehr früh, was sie möchte und sie möchte Marschneiderin werden und beginnen dann auch damit. Und ihre Mode ist dann natürlich auch sehr, sehr gefragt. Und trotzdem lässt sie das Rätsel ihrer Familie, ihrer unbekannten Eltern nicht so richtig los. Und sie möchte das lösen und begibt sich somit nun eben auf die Suche nach ihrer Vergangenheit, der Vergangenheit ihrer Eltern. Und durch ihre Zielstrebigkeit und ihren sehr starken Charakter, wo sie genau weiß, was sie möchte, sticht sie natürlich in dieser Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, doch sehr, sehr hervor. Denn das Frauenbild ist natürlich ein ganz, ganz anderes. Und ja, so begleiten wir Fanny eben auf der Suche nach dem Rätsel ihrer Familie und ja, machen uns da eben auch auf eine Reise, nicht nur durch das schöne Wien und ja, verfolgen sie hier so ein bisschen. Ja, Fanny ist ein sehr angenehmer Frauencharakter, wie ich fand. Ich mochte sie sehr, sehr gerne. Sie wächst einen so ein bisschen ans Herz. Auch diese rebellische Art, sage ich, die rebellische Art, fand ich sehr angenehm zu lesen. Sie hat mir wirklich großen Spaß gebracht, weil ich ihr Tun einfach verstehen konnte, weil ich gerne mit ihr so ein bisschen mitgefühlt habe, mitgegangen bin. Auch wirklich, wie wir dann so ein bisschen diese Mode erlebt haben, das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Und wie das alles so ein bisschen in Wien spielt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist sehr bildhaft. Man kann sich die Zeit sehr, sehr gut vorstellen und man spürt so ein bisschen, dass man jetzt in eine andere Zeit gekommen ist. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Das haben Julia und Horst Drosten wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass man das Gefühl hat, man ist im Grunde zeitgereist und findet sich in dieser Zeit wieder. Und man kann sich eben die Zeit gut vorstellen, die Zustände, wie die Frauen da eben gerade so ein bisschen ticken. Man erfährt sehr stark das Geflecht von Arm und Reich, den großen Unterschied. Und das wurde eben manchmal auch sehr, sehr stark gezeigt, was ich schon fast ein bisschen huuuh fand. Also es ist schon sehr heftig an mancher Stelle und erschrickt einen manchmal auch schon sehr. Also es war natürlich so, es ist einem auch bewusst, man kann sich nicht immer ganz vorstellen, weil man eben nicht zu dieser Zeit lebt, dass es so normal war. Aber es hat auf jeden Fall Kraft, um auch 100 Jahre später im Grunde noch zu erschrecken und einen in Besitz zu nehmen. Die Darstellung der Frauen von der damaligen Zeit, die ja gefühlt keine Rechte so richtig hatten, fand ich sehr gut gemacht, auch sehr eindringlich und hat für mich persönlich dann auch so diesen Bezug zum vorhergehenden Buch, ja, so irgendwie, wisst ihr, so ein bisschen was zusammengebracht. Es hat zwar nichts miteinander zu tun, aber durch dieses Nachdenken des einen Buches konnte ich mich persönlich sehr gut auch hier in dieses Buch natürlich einführen und mit Fanny und den anderen Frauen dieser Zeit natürlich sehr, sehr mitgehen. Was mich anfangs sehr verwirrt hat, war zum einen das Cover, das für mich gefühlt nicht so richtig zur Geschichte passte, beziehungsweise so diese Farbgebung, die ich cool finde. Ich mag das Cover, aber es hat für mich nicht ganz so in die Zeit gepasst, denn so auch die Frau, ich habe mir Fanny eben gefühlt auch anders vorgestellt, beziehungsweise auch die Models der damaligen Zeit waren eben einfach anders, als es die Frau auf dieser Zeichnung ist und auch so der Hintergrund. Also das fand ich anfangs so, wenn man da drauf wartet und irgendwie man denkt, nee, es fühlt sich irgendwie nicht stimmig an, obwohl das Cover schön ist. Davon musste ich mich irgendwann lösen, was ganz gut ist bei einem E-Book, weil man das Cover dann eben gefühlt nicht ständig sieht. Und was mir auch sehr schwer fiel, war, dass wir einen wienerischen Dialekt darin haben und auch wienerische Begriffe und ich da immer rauskam. Also ich mag den Schreibstil von Julia und Horst Rosten, der mich mitnimmt, mitreißt, der sehr spannend ist, packend ist, der wirklich das Historische mitbringt, in der sich auch historisch anfühlt. Man nicht das Gefühl hat, es schreibt jemand Modernes, nur eine Geschichte aus der Zeit, sondern man hat schon das Gefühl, man ist in dieser Zeit und es wird auch so gesprochen. Aber das wienerische fand ich, das hat mir gefühlt gar nicht gefallen. Also ich habe ständig rumgegoogelt, auch wenn es ein Glossar gibt, für diese Begrifflichkeiten. Das ist in einem E-Book aber unglaublich schwer, weil man müsste immer wieder nach vorne blättern und wieder nach hinten und das klappt bei einem Buch vielleicht besser. So musste ich einige Dinge immer mal googeln, weil ich dachte, was ist das nun? Und ja, fand ich ganz schlimm und ich hatte auch immer das Gefühl, ich werde so unterbrochen in meinem Lesefluss, sobald das anfing. Und es hat sich gefühlt, zwar hinten nach ein bisschen gebessert, aber für mich war es so, nicht ganz das runde Lesen, was ich sonst gewöhnt bin. Das ist für mich so ein Kritikpunkt, den ich sehr, sehr schade finde, weil ich sonst ja alle Bücher wirklich unglaublich liebe von den beiden und immer wieder Spaß habe, in fremde Länder zu reisen oder andere Länder und eben in eine andere Zeit und egal, ob es Ägypten war, ob es Marokko war, ob es Indien war oder Sri Lanka war. Hier sind wir halt so Österreich und auch Ungarn unterwegs und aber das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Sonst hat mir das Buch wirklich großartig gefallen. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte von Fanny und was sie erlebt. Das sind spannende Wendungen und es macht wirklich Spaß, in diese Zeit einzutauchen, so dieses Gefühl dieser Zeit, ja, wieder zu erleben, was man ja oftmals aus Filmen kennt und ja, gerade Wien ist natürlich auch dank unserer Sissi sozusagen ja sehr, sehr präsent und ja, auch wenn so derzeit, glaube ich, Sissi nicht mehr gelebt hat oder ja, ich glaube, nicht mehr gelebt hat, hat man natürlich ein Gefühl, wie war das damals in diesem großen Kaiserreich und kann sich da natürlich toll was darunter vorstellen oder viele von uns können sich darunter was vorstellen. und so fand ich das auch mega spannend und mir hat es gut gefallen. Also ich fand es wirklich einen ganz, ganz tollen historischen Roman, der mich wieder in eine Zeit entführt hat, in der man ja eher seltener etwas liest, was dann eben auch die Bücher von Julia und Horst Trosten ja oftmals sehr spannend macht, dass das eben nicht das klassische historische Geschichten erzählen ist, wie man es ja oft von anderen hat, die in sehr bekannten Zeiten unterwegs sind, sondern eben hier sich Zeiten herauspicken, die auch so ein bisschen willkürlich wirken und aber doch ein bisschen was dahinter steckt und das mag ich gerne. Aber das Wienerische hat mir leider nicht ganz so gut gefallen und ja, da muss man sich dran gewöhnen, man muss es vielleicht auch mögen, um dass man dann im Grunde da mit seinen Spaß hat. Und das letzte Buch der Woche, was ich heute Nacht noch beendet habe, ist dann von Robert Harris Pompej, das wir ja zusammen im Leseclub erschienen haben. Es gibt unterschiedlichste Ausgaben dieses Buches, das glaube ich 2003, 2005 erschienen ist. Meine Ausgabe ist aus dem Heine Verlag, habe ich glaube ich bei Rebuy oder Medimops bestellt. Ja, gibt es als Hardcover, als Taschenbuch, wie gesagt, in unterschiedlichsten Ausgaben, da einfach mal gucken. Ich glaube, das Taschenbuch hat ursprünglich mal 10 Euro gekostet, gibt es gebraucht, aber wie gesagt auch teilweise unter einem Euro und das E-Book würde eben 9 Euro kosten. Hat 385 Seiten und haben wir uns, glaube ich, in sieben Leseabschnitte zu A ungefähr 50 Seiten eingeteilt und ich war dieses Mal auch relativ brav und habe ja immer so versucht, tatsächlich nur die 50 Seiten zu lesen, was mir zwischendurch sehr, sehr schwer fiel. Ja, der Name verrät es ja schon, um was es in diesem Buch geht. das geht um Pompej, das 79 nach Christus der Vesuv ausbrach, ein bekannter Vulkan, den es ja auch heute noch gibt und dabei eben diese Stadt verschüttete. Und wer jetzt denkt, oh mein Gott, Steffi, Spoiler, das Ende, nein, das mache ich natürlich nicht, aber ich glaube, das ist einfach bekannt und es ist für mich persönlich immer sehr interessant, wie es Autoren oder Geschichtenerzähler schaffen, eine Geschichte zu erzählen, wo das Ende bekannt ist. Ich meine, das hat ja so einen Titanic-Effekt, sage ich mal. Man geht in den Film, weiß, dass die Titanic sinkt und trotzdem ist es spannend zu erleben, was eben vorher uns erzählt wird. Und ja, jeder erzählt ja auch den Titanic-Untergang ein bisschen anders. Pompej wurde dann im Grunde so ein bisschen vergessen und wurde dann im 18. Jahrhundert von Archäologen im Grunde wiedergefunden. Und Pompej gehörte ja zu einem großen römischen Reich und das fanden eben damals die Archäologen mega, mega spannend und die Erforschung der antiken Welt konnte so im Grunde auch ein bisschen vorangetrieben werden, was man dort eben fand. Denn in Pompej kann man tatsächlich die Stadt zum Ausbruch wiedersehen, denn alles liegt zwar unter Asche oder ist eingeäscht, aber es ist eben wie eine Momentaufnahme dieser Zeit. Und wenn man sich da Bilder anguckt oder Dokumentationen, dann ist das auch manchmal sehr erschreckend und schlimm, wie ich finde. Und ja, es ist eben einer der besterhaltenen Ruinenstädte aus der Antike und ja, damit kann man eben etwas greifen. Das so ein bisschen vorab. Und man fragt sich natürlich, ja, Robert Harris, was tust du denn nun? Wir sind hier in einer Zeit, die sehr, sehr weit zurückliegt, die sich manch einer gar nicht groß vorstellen kann, was 79 nach Christus so ein bisschen war. Und wir sind hier eben in einer der reichsten Städte der römischen Weltmacht. Wir sind dann ein Ort der Schönen und Mächtigen und erleben die Stadt eben drei Tage vor dem Ausbruch am Golf von Neapel, damit ihr euch so ein bisschen, ja, eine Vorstellung macht. Und es gibt ein großes Aquädukt, das habe ich mir aufgeschrieben, und das ist eben versiegt und somit fließt keinerlei Wasser mehr in die einzelnen Orte. Und wir haben einen Wasserbaumeister, der verschwunden ist, wo man sich fragt, was ist überhaupt passiert, wie konnte es dazu kommen? Und man ahnt vielleicht schon, dass das natürlich irgendwie ein Vorzeichen ist, was eben dann auf den Ausbruch hindeutet. Das wissen wir natürlich im Nachgang, das wussten vermutlich die Menschen zur damaligen Zeit nicht. Und so wird Markus Attilus von Rom beauftragt, den Fehler zu finden, weswegen da kein Wasser mehr fließt, und es dann auch zu reparieren. Und ja, er landet eben in dieser Stadt, die, ja, nicht ganz so einfach zu nehmen ist. Wir begleiten Attilus einen Großteil dieser Geschichte, der schnell vermutet, dass die Ursache in der Region von Pompeji eben liegen muss, und der eben auf diese Mächtigen dieser Stadt trifft, die gar nicht so richtig wollen, dass er Nachforschungen anstellt, und gerade auch die Suche nach dem eigentlichen Wasserbaumeister so ein bisschen verhindern. Der Vulkanausbruch steht bereits für uns zumindest ja schon fest, und der Weg dorthin ist, finde ich, unglaublich spannend erzählt. Es ist brutal und zieht, ja, mich persönlich tatsächlich sehr, sehr in den Bann. Man weiß natürlich, was passiert, wie es passiert, wenn man sich mit Pompeji schon befasst hat. Egal, ich glaube, selbst wenn man noch nie eine Dokumentation gesehen hat, dann kann man mit dem Begriff Pompeji etwas anfangen, und es ist natürlich, glaube ich, besonders schwierig, eben eine Geschichte zu erzählen, wenn das Ende feststellt. Man hat, feststeht, man hat das ja oft in Geschichten, wenn der Prolog im Grunde schon das Ende verrät, und man weiß, okay, Charakter A stirbt, was ist die Geschichte dahin? Und das ist eben für mich halt auch so dieser Titanic-Effekt. Und das fand ich hier unglaublich spannend gelöst von Robert Harris, denn er versucht, uns wirklich die Zeit nahezulegen, uns diese antike Geschichte zu erzählen, wie es mit den Menschen zur damaligen Zeit war, wie das mit den Sklaven war, was da an Brutalität auch herrschte. Und ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan mit den Namen dieser Geschichte. Dachte, Mensch, nimm es doch wie ein High-Fantasy-Roman, da fallen dir ja Namen auch nicht schwer. Habe dann aber, ich glaube, am zweiten oder dritten Lesetag ein bisschen gegoogelt, habe mir die Menschen angeguckt der damaligen Zeit, die Orte angeguckt, habe mich ein bisschen mit der Namensgebung beschäftigt, und das hat es für mich unglaublich leicht gemacht. Also schwupps war ich dann wirklich drin. Nach den ersten 120 Seiten war ich gefühlt im Grunde in meiner zweiten Heimat und habe gemerkt, dass mir das sehr, sehr gut getan hat. Das so als Tipp auf jeden Fall von mir. Wenn man sich manchmal in historischen Romanen vielleicht ein bisschen schwer tut, sich das vorzustellen, Freund Google weiß ja bekanntlich viel und hat da auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Infos. Ich mochte die Geschichte sehr. Ich fand es wirklich spannend. Ich mochte den Aufbau. Ich mochte, dass wir etwas wussten, was die Menschen damals nicht wissen und die eben rätselten und manchmal schon am richtigen Weg waren, dieser aber eben versperrt wurde, weil es eben fast unmöglich war, im Grunde daran zu denken. Es gibt natürlich viele Verstrickungen. Es gibt natürlich Machtspiele. Es gibt ein bisschen Liebe, aber es gibt viel, viel Spannung. Es gibt viel, viel Brutalität. Es gibt Orgien, die einfach nur widerlich waren, die man förmlich gerochen hat und sich sagte, nein, und man eigentlich nur die Augen zumachen wollte und in dem Film das vielleicht getan hätte. Wenn man aber Game of Thrones kennt, dann schockiert einem gefühlt ja nicht mehr allzu viel und ohne das jetzt miteinander vergleichen zu wollen, aber ja, ich fand es großartig. Mir hat es super viel Spaß gemacht, es zu lesen. Es war ein Weg, ein holpriger Weg zu einem Vulkanausbruch, den man im Grunde besteigt und am Ende einfach nur sprachlos davor sitzt. Man weiß, was kommt, man ahnt aber nicht, wie es kommt. Und Wahnsinn. Also es ist eine absolute Highlight-Geschichte für mich. Ich habe ein kleines Problem gehabt mit der Geschichte. Damit meine ich nicht den Anfang, sondern so grundsätzlich wirkte es für mich manchmal gerade gegen Ende ein bisschen konstruiert. Denn ich hatte das Gefühl, Robert Harris möchte all sein Wissen, was er über den Ausbruch hat, die Fakten, die wir heute wissen, hier reinpacken und konstruiert dann so manches, damit es eben eigentlich alles Sinn macht, die Menschen vor Ort aber gar nicht die Möglichkeit haben, das im Grunde zu begreifen, weil wir es ja im Grunde noch nicht mal begreifen können und gefühlt ja ein bisschen weiter sind mit dem Wissen zumindest über Vulkanausbrüche. Und das fand ich ein bisschen schade, wo ich so dachte, Mensch, jetzt, das hätte nicht noch sein gemusst. Also man muss dieses Wissen, was man hat, nicht noch so reindrücken, damit es eben in der Geschichte drin ist. Und trotz dieser Kritik, zumindest gegen Ende hin, kann ich es absolut empfehlen. Es ist wirklich ein absolutes Highlight. Es hat mich gepackt, gefesselt, geflasht und mitgenommen. Und was halt so großartig ist, dass das Geheimnis, was am Ende dieses Thrillers, Krimis, wie man es auch immer, Verschwörungen, wir wissen das Geheimnis ja, dass das Geheimnis eben kein Geheimnis ist, dass es trotzdem super spannend erzählt wurde. Und das gelingt nicht immer. Und ja, also Robert Harris hat einen absolut tollen Stil. Da ist keine Seite langweilig, kein Wort zu viel. Man kann sich alles gut vorstellen. Man lässt sich mitreißen, mitnehmen und ja, einfach auch von Charakteren unterhalten, die man gut findet. Also ja, wirklich großes, großes Bücherkino. Ich bin froh, dass ich einige seiner Bücher noch auf dem Sub habe und ich denke, dass das für mich wirklich eine Entdeckung diesen Jahres sein wird und man vielleicht wirklich so jeden zweiten Monat zu einem Harris greift. Und ja, also fand ich wirklich gut. Wie gesagt, ein bisschen Kritik kann auch ein Highlight-Buch durchaus vertragen, wie ich finde. Also ich bin keiner, der sagt, wenn ich ein Buch irgendwas Kritisches abgewinne, dass das dann kein Highlight-Buch sein kann. Das ist ja wie mit Terror im letzten Jahr. Da gab es auch den einen oder anderen kritischen Punkt, dennoch war es ein Jahreshighlight. Also ich finde, das verträgt ein gutes Buch, ein grandioses Buch durchaus, dass man eben doch das ein oder andere sagt, Mensch, aber das hat die Geschichte deswegen ja nicht schlechter gemacht oder ihr einen Abbruch getan. Und ja, absolutes Highlight, kann ich wirklich nur empfehlen. Und ja, aktuell gibt es ja den Leseclub noch und man könnte jeterisch auch jetzt noch einsteigen und dann eben gucken, was alle anderen so ein bisschen zu den einzelnen Abschnitten im Grunde geschrieben haben. Das waren die vier sehr, sehr, sehr guten Bücher dieser Woche. Also wie ihr seht, das war wirklich eine Woche, die sehr gut lief und ich glaube, deswegen lief sie auch so, wie sie lief. Ja, wenn die Bücher langweich gewesen wären, wären es wahrscheinlich nicht so viele Bücher geworden. Demzufolge habe ich leider kaum in meiner Flow oder in meiner Hücke gelesen, was ich mir eigentlich für diese Woche vorgenommen habe, weil ich wirklich immer zu den Büchern gegriffen habe und einfach da total darin versunken bin. Dienstagabend ging es dann für mich aber ins Kino. Ich habe mir zusammen mit einer lieben Freundin Downsizing angeguckt, der, glaube ich, eine Woche vorher gestartet ist in den deutschen Kinos und war ein bisschen überrascht, wie wenig Menschen sich diesen Film angeguckt haben. Ich glaube, er ist in den USA auch nicht so gut angelaufen, was aber, glaube ich, einfach daran liegt, dass sich die Amerikaner doch sehr ungern erzählen lassen, dass es da eben so eine Art Umweltbelastung gibt, dass die Erde vor ihrem Koller steht und Überbevölkerung sowieso was ganz Böses ist und ich glaube, dass sich Amerikaner einfach ungern belehren lassen. Und ja, wie komme ich jetzt da drauf? Ja, in Downsizing geht es eben im Grunde darum, dass ein Norweger, glaube ich, eben herausgefunden hat, wie man Menschen und die Zellen der Menschen im Grunde verkleinern kann und dass man dann eben als Mensch gefühlt, glaube ich, nur noch 13 Zentimeter groß ist, ohne irgendwelche Einbußen zu haben, sage ich mal. dass man wirklich kleiner wird mit allem, dass alles gleichzeitig kleiner wird, außer, glaube ich, Füllungen in den Zähnen, die werden nicht kleiner, weil es kein lebendiges Organismus irgendwie ist. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Und ja, auf jeden Fall wird das herausgefunden und man baut dann eben Städte für die kleinen Menschen und sagt sich eben, man könnte so dieser Überbevölkerung im Grunde Herr werden, wenn eben ein Großteil der Menschheit sich verkleinern lässt, auf kleinem Raum lebt und man dann natürlich genug Ressourcen hat, um alle im Grunde zu versorgen und natürlich viel weniger Platz braucht, viel weniger Müll verbraucht und Ähnlichem. Und ja, diesen Gedanken hier haben wir, ja, treffen wir im Grunde auf Matt Damon, unserem Protagonisten, den ich grandios in dieser Rolle fand und der sich im Grunde dafür zusammen mit seiner Frau entscheidet, diesen Weg des Kleinen zu gehen und sich eben auch sehr freut, dass sein Besitz von 125.000 Dollar in der kleinen Welt 12,5 Millionen sind und das fand ich megageil, denn die Hütte, die er sich hinstellen lässt, ach, ist ein absolutes Paradies. Wir sehen natürlich auch, wie diese Menschen kleiner gemacht werden, dass einem da eine Glatze rassiert wird, die Augenbrauen müssen weg, alle Haare am Körper und auch Dinge in einen eingeführt werden, die man vielleicht nicht unbedingt so genau wissen wollte. Aber ich fand das unglaublich unterhaltend und sehr, sehr spannend und das Schlimme ist allerdings, dass unser Kleiner mit Damon, dessen Namen ich aus dem Film jetzt tatsächlich vergessen habe, ja, schwach, ich habe es ja nicht mit Namen, von daher, ja, ich bin ja froh, dass ich mir mit Damon merke. Ja, und seine Frau beschließt aber nach dem Entfernen der ersten Augenbraue, nee du, das ist nicht für mich und das sagt sie ihm eben, als er schon als Kleiner wieder aufwacht. Demzufolge ist der Anfang der Geschichte natürlich sehr, sehr deprimiert, kann diese wunderbare neue Welt gar nicht so richtig genießen und als dann auch noch die Scheidung kommt, muss er aus seiner prachtvollen Villa in eine etwas kleinere Wohnung ziehen und trifft dort auf einen etwas, ja, gefühlt reicheren Schnösel aus irgendeinem, ja, ich würde sagen, osteuropäischen Land, es war nicht ganz zuzuordnen, wo der Name herkommt, auf Christoph Walz, den ich grandios in seiner Rolle fand, nur die Rolle so ein bisschen fraglich fand. Aber wie er das gemacht hat, fand ich gut und, ja, wie er eben durch diese Bekanntschaft und wem er da noch so ein bisschen trifft, natürlich auch so ein bisschen die Nachteile dieser kleinen Welt sieht, denn auf einmal gibt es Menschenschmuggel und, ja, es gibt dann eben auch ärmliche Verhältnisse in diesen reichen Ländern und dass eben, ja, der Abgrund nah ist und wir ein bisschen zu öko gegen Ende des Films werden. Ich mochte den Film wirklich sehr, sehr gerne. Er hat mich sehr gut unterhalten, ich fand diese Vorstellung des kleinen Menschen super lustig, ich fand die Gags gut, ich konnte da lachen, ich konnte mich eindenken, ich konnte nachdenken darüber. Mir hat, ich sag mal, die ersten zwei Drittel des Films unglaublich gut gefallen. Es hat wirklich Spaß gemacht, diese Welt zu entdecken, diese Vorzüge zu sehen und sich vorzustellen, ja, wie das wäre, wenn auf einmal ein Großteil der Mensch klein wäre und sich dann natürlich auch die Frage zu stellen, würde man sich denn selbst klein machen lassen? Fand ich mega, mega interessant und spannend. Warum mir das letzte Drittel oder die letzte halbe, dreiviertel Stunde nicht mehr so gefallen hat, ist, dass wir hier eine zweite Geschichte gefühlt aufgemacht haben, die es meiner Meinung nach gar nicht hätte gebraucht, die dann in eine sehr öko- und besessenen Richtung ging und ich mir dachte, ach nee, wenn man das jetzt wieder so hinstellt, dann verliert alles andere vorher so ein bisschen an Normalität, an Dingen zum Nachdenken, denn auf einmal sind alles verrückte Ökos und das fand ich nicht so schön, weil ich eigentlich die Message des Films gut fand, dass man eben irgendetwas tun muss, um der Erde nicht noch mehr zu schaden, als wir es eh schon getan haben, insofern wir es überhaupt aufhalten können. Aber, ja, das Ende, dachte ich mir, ja, jetzt sind alle, die etwas für den Naturschutz tun oder, also auch wenn die sich sehr reingesteigert haben, ja, wieder die Doofen, ne? Ja, das mochte ich tatsächlich nicht so gerne, ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht persönlich angesprochen gefühlt habe oder wie auch immer, das hat mir nicht gefallen und eben auch, dass man diesen Geschichtstrang überhaupt aufgemacht hat, weil ich finde, man hätte durchaus mehr aus der eigentlichen kleinen Story machen können. Es war ein guter Film, der mir anfangs wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, der aber leider gegen Ende irgendwie auch manches offene Thema gelassen hat, was ich schade fand. Aber ich finde, er ist sehenswert, ob man ihn jetzt wirklich im Kino sehen muss, ist eine andere Frage, aber ich denke durchaus, dass man ihn sich dann eben auf DVD angucken kann oder auf Sky oder, man muss ihn nicht im Kino sehen, aber ich fand es ganz schön. Also ich, ja, kann ihn empfehlen, er ist jetzt nicht das größte Must-See, aber einfach mal, um sich darüber Gedanken zu machen, wäre man vielleicht gerne klein, ich meine, dann könnte ich in meinem Bücherregal wohnen, Oder in einer so Barbie-Villa, ne? Nein, also wenn man sich mal die Trailer anguckt, da sieht man in etwa die Villendimensionen und das finde ich schon großartig. Also, ja, aber Geld allein macht eben auch nicht glücklich. Zudem habe ich diese Woche die dritte Staffel von Grace und Frankie angeguckt, vorwiegend meistens so ein bisschen morgens, beim Frühstücken, beim Fertigmachen und beim Schminken und ähnlichem und ich fand die dritte Staffel grandios. Ich liebe die Serie so oder so schon und die dritte Staffel spätestens, wenn alte Frauen anfangen, sich über einen Dildo und Vibrator Gedanken zu machen, da liegt man einfach am Boden und lacht. Das war so eine geile Staffel, die mir so viel Spaß gemacht hat und ich freue mich jetzt auf die vierte Staffel, die es schon eine Woche jetzt auf Netflix gibt und ich sozusagen perfekt eingestiegen bin und ich glaube, es wird auch noch eine weitere Staffel geben. Ich habe jetzt schon gehört, dass die Staffel so eher ein halboffenes Ende hat. Dementsprechend denke ich eben auch, dass es noch eine fünfte Staffel geben wird und ich kann nur sagen, ich feiere diese Serie. Ich hätte das nicht gedacht, dass mich das so packen kann und auch wenn mancher jetzt sagt, ja Mensch, du magst noch die Golden Girls, dann wirst du auch die alten Ladies und die Geschichten darum mögen. Ja, es hat schon diese eine Parallele, mehr aber tatsächlich auch nicht. Also es geht natürlich auch ums Altsein und um ein bisschen Liebe, um ein bisschen Freundschaft, um die Probleme der Kinder und Enkel, aber so richtig gefühlt mit den Golden Girls hat es dann nur ein bisschen was zu tun. Aber es ist natürlich ein ähnlicher Humor. Er ist sehr bissig und er ist manchmal sehr schwarz und trocken und ja, kann ich absolut empfehlen. Wirklich großes Serienkino hat mir diese Woche auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich diese Woche ja schon auf Instagram gepostet, dass mein Sub die magische 100 erreicht hat. Bisher habe ich mich ja immer so ein bisschen zurückgehalten, wenn ich gesehen habe, oh 97, 98 und ich tracke ja meinen Sub rein nur mit Lovely Books, trage da jetzt seit drei, vier Jahren wirklich die Bücher alle ein, die ich habe und die ich eben neu dazu bekomme. Das ist nicht immer ganz tagesaktuell. Manchmal hinke ich eben auch eine Woche nach, je nachdem, wie ich eben auf Lovely Books unterwegs bin. Und ich war diese Woche nach dem Zahnarzt ja eben in der Thalia. Ich habe ja vier Thalia-Gutscheine, hatte zwar nicht so richtig Lust, Bücher zu kaufen, das hatte ich ja bei meiner Rebuy-Bestellung schon gesagt, dass ich mich so genötigt fühle, Bücher zu bestellen und zu kaufen. Hatte dann erst die Jeffrey Archer-Reihe in der Hand, wo ja gerade Miri zum Beispiel sehr, sehr schwärmt und auch Paddy und habe aber dann eben so den Eindruck gehabt, Mensch, das könnte wieder in so eine zweite Weltkriegsrichtung gehen. Das hat dann Miri leider auch bestätigt und so habe ich gesagt, okay, dann wird es nicht das Taschenbuch, dann fange ich vielleicht dieses Buch mal an zu hören, diese Saga, die glaube ich schon sieben oder acht Bände hat und habe mir Ready Player One mitgenommen. Und das war dann am Mittwoch das hundertste Buch in meinem Suppen. Ja, aktuell sind glaube ich noch drei, vier, fünf Bücher, drei Bücher glaube ich, dazugekommen, auch einfach noch Geburtstagsgeschenke und habe aber allerdings jetzt auch schon nachgetragen, dass ich zwei oder drei Bücher für die First Challenge, First, nein, First Chapter Challenge gelesen habe. Dementsprechend müsste ich jetzt wieder unter hundert sein, aber ja, je nachdem. Natürlich habe ich jetzt diese Woche auch vier Bücher gelesen. Das hat natürlich den Sub auch direkt wieder ein bisschen geschmälert, aber es war so gefühlt das hundertste Subbuch, was ich in die Bibliothek habe. Und ich habe gedacht, oh Mensch, Steffi, jetzt wird die Verzweiflung ausbrechen, jetzt wirst du dir Kaufsperren auferlegen und nie wieder Bücher kaufen und wahrscheinlich durch die Nichtbücher kaufen, dann wahrscheinlich auch noch eine riesen Leseflaute bekommen, denn es liegen da hundert Bücher, die nicht gelesen sind. Ich habe da fünf Minuten drüber nachgedacht und gedacht, das ist wie mit dem Geburtstag. Man wird zwar rechnerisch ein Jahr älter, aber es fühlt sich auch nicht viel anders an und sowas hier auch. Und ja, ich bin eben einfach jemand, der sehr entspannt mit seinem Sub ist, weil ich auch einfach jemand bin, der liest und der gefühlt im Vergleich zu vielen anderen ja auch viel liest, egal ob es hier auf YouTube ist, ob es im Freundeskreis, im Familienkreis ist. Also ich bin definitiv ein Vielleser und dazu stehe ich auch absolut und was auch sonst, sonst lese ich ja auch nicht hier und ich mir da bei 100 Büchern keinen Kopf mache. Also ich habe jetzt schon überlegt, eigentlich müsste man sich mal so einen Monat Urlaub nehmen und jeden Tag zwei Bücher lesen in den acht Stunden, in denen man sonst arbeiten würde, was durchaus machbar wäre. Und dann hätte man es ja schon fast wieder gelesen. Ja, natürlich ist das eine Zahl, muss jeder selbst wissen, wie er sich wohlfühlt oder nicht. Ich habe aber einfach für mich gemerkt, dass es mich nicht gestört hat und auch nach wie vor nicht stört, weil ich dann eben wieder sehe, jetzt hast du wieder vier Bücher diese Woche gelesen. Also theoretisch, ne? Und man ist eben ein Leser oder auch eben mal ein Aussortierer. Und gerade diese First Chapter Challenge habe ich diese Woche gemerkt. Ich habe zwei E-Books so ein bisschen angelesen, wo ich dachte, ach nee. Und auch wenn nicht mein Ziel ist, Bücher im Grunde auszusortieren, ich denke doch, dass man wahrscheinlich erst zu diesen Büchern greift, die eben schon länger auf dem Subliegen. Und es gibt einen Grund, warum Bücher länger auf dem Subliegen. Und mit länger meine ich nicht unbedingt ein Jahr, sondern wirklich zwei, drei Jahre. Und warum man noch nicht dazu gegriffen hat. Und da sind bei mir tatsächlich sehr häufig eben E-Books, woran das auch immer liegt, weil es halt, glaube ich, einfach schnell geht zu kaufen. Das ist, das hat alles Fluch und Segen zugleich. Ja, also ich fühle mich mit meinen 100 Subbüchern nach wie vor gut. Es fühlt sich nicht anders an. Der Wunsch wäre natürlich schon ein bisschen zurückzuschrauben. Und ich habe auch gesagt, auf Biegen und Brechen jetzt diese Gutscheine von Talia zu verdatteln, will ich nicht. Ich habe mir zum Beispiel auch einen schönen, reduzierten Kalender, Wochenkalender mitgenommen, mit schönen Sprüchen, die ich mir an meinen Arbeitsplatz gestellt habe im Büro. Und der mich jetzt jede Woche so aufs Neue ein bisschen motiviert. Und so könnte man natürlich sein Geld jetzt auch bei Talia verdatteln, werde ich aber nicht. Denn der März wird definitiv ein Neuerscheinungsmonat der ganz besonderen Art. Also das kommen einige geile Bücher. Und da wird es dann auch im Februar auf jeden Fall wieder ein Neuerscheinungsvideo geben. Und ja, dementsprechend werde ich mir die Gutscheine einfach bis dahin aufheben. Oder natürlich auch, wenn mal im Leseclub ein Buch gelesen werden würde, was ich jetzt selbst nicht auf dem Sub habe, dann wird das natürlich zugelegt. Bei Lockwood & Co. habe ich ja Glück. Das liegt ja im Grunde schon vor. Und ja, soviel jetzt aber zu dieser Woche. Meine Güte, jetzt quatsche ich heute. Aber hier schon relativ lange. Es waren halt auch einfach wirklich sehr, sehr viele Bücher, die mich im Grunde begeistert haben diese Woche. Zudem jetzt in der kommenden Woche denke ich, wird das Neuerscheinungsvideo kommen. Der Januar ist ja glaube ich am Mittwoch dann auch schon rum. Neuzugänge-Video. Was da natürlich ein bisschen was sein wird, weil natürlich eine Rebuy-Bestellung da war und auch einiges an Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken. Und ich denke, ich werde das Video jetzt dann auch diese Woche noch machen für den Harry Potter Re-Read ab März, sodass einfach jeder genug Zeit hat, sich das so ein bisschen drauf vorzubereiten. Ich habe mir da so ein bisschen was ausgedacht, eine Facebook-Gruppe erstellt und werde dann in dem Video auf jeden Fall ein bisschen was dazu erzählen. Das aber jetzt soweit für die vergangene Woche. Mal gucken, was in der nächsten Woche so ein bisschen gelesen wird. Verfolgt mich da gerne ein bisschen auf Instagram oder auch auf Lovely Books. Da halte ich das relativ aktuell. Und da sieht man auch durchaus immer mal, welches Buch ich lese. Ich habe ja heute Nacht schon mit einem anderen begonnen, aber glaube nur eine Viertelstunde gelesen, weil es doch relativ spät schon war. Und ja, da könnt ihr ja mal in die Insta-Story jetzt wahrscheinlich nicht mehr gucken, aber vielleicht habt ihr sie gesehen. Seid da einfach ein bisschen dabei. Ihr findet natürlich alles unten in der Infobox. Nicht zu vergessen, nächste Woche am Samstag lesen wir, beginnen wir mit dem Berg von Dan Simmons. Auch die Gruppe findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr das noch nicht so richtig auf dem Schirm vielleicht hattet. Am dritten oder am zweiten, am dritten, glaube ich, starten wir mit der Berg und lesen den, ja, glaube ich, auch drei Wochen. Also ich freue mich da auch sehr, sehr drauf und ja, bin total gespannt. Und in diesem Sinne danke ich euch nun fürs Durchhalten, fürs lange Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, eine stressfreie Woche und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.